AFK Arena hat insgesamt vier neue Gutschein-Code für uns am Start. Ich würde sagen, ich gehe hier auch schon mal direkt auf die Einstellungen und auf die Gutschein-Codes. Ihr wisst es ja, ich bin hier auf dem Test-Torber und kann das Ganze über diesen Reiter hier eingeben. Ihr müsst es dann natürlich über den Link machen, der in der Beschreibung ist. Ja, vier Gutschein-Codes hört sich erstmal ganz nice an, aber dennoch würde ich sagen, die Freude hält sich, sage ich mal so, eher in Grenzen, denn ich würde sagen, wir geben diese ganzen Gutschein-Codes auch einmal ein, denn ja, eigentlich sind das die ganzen vier Fraktionen, die wir haben und zwar einmal in Englisch, die wir eingeben müssen. Also jetzt hier anstatt Grabespros gehen wir einmal Graveborn ein und das Letzte machen wir da mit Wildern und ihr könnt es schon sehen, es sind keine üblichen Gutschein-Codes, die wir jetzt hier einlösen beziehungsweise die Belohnungen, die wir daraus bekommen. Sonst sind es ja normalerweise Schriftrollen, Diamanten und so weiter. Hier haben wir jetzt andere Sachen bekommen und ja, was waren das jetzt für Sachen, die wir eingesammelt haben? Das werden sich wahrscheinlich einige fragen, die eventuell auch schon von dem Code erfahren haben und nicht ganz wissen, was man da mit vielleicht machen kann. Und zwar, ihr habt ja hier diese Details beziehungsweise euer Profil und könnt ja hier verschiedene Sachen einstellen. Ihr könnt euren Namen ändern, euren Status ändern, hier eure Helden und so hinzufügen. Und wir haben ja hier einmal diesen Punkt, ja, es gibt ja hier diese ganzen Abzeichen, Aufkleber und so weiter. Und hier sind jetzt die vier neuen Sachen, die wir gerade hinzugefügt bekommen haben durch die Codes. Die können wir jetzt hier rein theoretisch einlösen und ja, hinzufügen. Für diejenigen, die da Spaß dran haben oder die da, sag ich mal, einen Wert drauf legen, die können das ganz natürlich machen. Man kann jetzt nicht alle vier auf eine Seite packen, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Könnt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung reinschreiben in die Kommentare, was ihr von diesen Gutschein-Codes haltet. Wir haben ja hier, ich glaube, das war dieses hier schon mal bekommen, in einem Gutschein-Code mit drin gehabt. Oder war das das hier gewesen? Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier vier weitere von diesen Abzeichen beziehungsweise Aufklebern, wie auch immer. Und ja, Leute, das soll es in dem Fall gewesen sein hier zu dem Video von den vier Gutschein-Codes, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, falls ihr da auf jeden Fall das Ganze nicht verpassen wollt, hier nochmal das Video dazu. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Fall dann damit weiterhelfen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht es bis dort und auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.